Ja, liebe Leute, ich stehe hier am Bauernhof-Mobil von des Westfälischen Landwirtschaftsverbandes. Bei mir Anja Benning und die hat eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Bei der kann man nämlich Blumenwiesen kaufen, glaube ich, oder? Ja, nicht direkt Blumenwiese kaufen, sondern für jeden gespendeten Euro, den wir sammeln für dieses Jahr, wird ein Quadratmeter Ackerland in Blumenwiese umgewandelt. Haben wir im letzten Jahr bereits erfolgreich gemacht mit der Osterhasenaktion und da haben wir schon 6.000 Quadratmeter angepflanzt und im Rahmen der 800-Jahre-Feier von Bocholt versuchen wir dieses Jahr natürlich dieses Ergebnis zu toppen. Und die Bauern haben eine ganz besondere Aktion, die läuft demnächst mal wieder an. Die war ja im vergangenen Jahr ein sensationeller Erfolg. Da können Sie auch vielleicht noch was zu sagen. Genau, und zwar haben die verschiedenen Betriebe letztes Jahr 55 an der Anzahl Osterhasen aufgebaut und man konnte im kompletten Stadtgebiet diese Route abfahren. In diesem Jahr ist es noch spektakulärer geworden, weil sich über 120 Betriebe bereit erklärt haben und Familien. Und die Vereine werden zusätzlich nochmal am Aktionswochenende, am ersten Wochenende, was nächste Woche ist, eine Beleuchtungsfahrt anbieten und gleichzeitig auch Verpflegung und Getränke. Ja, das ist schön. Die Osterhasentour kann ich nur empfehlen. Die bin ich im letzten Jahr mit meinem Enkel gefahren. Top, man sieht da ganz tolle Sachen. Und Frau Benning hält auch schon gleich mal hier eine Werbeaktion rein. Machen Sie die Tour, machen Sie die Beleuchtungsfahrt. Viel Vergnügen damit. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei.